Ich frage mal nicht wegen den Clip-Vorschlägen nach. Freunde, wir gehen da rein. Ich kenne beide nicht. Also, das ist ja, ich, ich, das ist, äh, wir gucken mal. Digga, in was für einer, in was für einem Rabbit Hole sind wir hier gelandet? Ich muss weiterforschen, Freunde. Es ist alles auf Twitch. Bitch, solange ich mich auf Twitch bewege, kann ich keinen Bann für nichts kassieren. Nadia, 1,1 Millionen Follow-Rars. Was ist der beliebteste Clip von ihr? G's, fellas. Where is this bitch at? Tuck your bitch ass up. Tuck your bitch ass up. I joined in late and I still have more kills than you. I joined late and I still have more kills than you, dumbass bitch. Fucking Aiden, hey, you're fucking ass. You're fucking ass. That's why I joined late and look at me on top, bitch. You on bottom. How the fuck you on the bottom, you dumbass bitch? How the fuck are you on the bottom? I'm on top of that joint, late. Cause you're fucking garbage. Cause you're fucking ass. Cause you're fucking ass. Brother, you are so gar... Ja, ne? Sie hat 1,1 Millionen Follower's. Ich guck irgendwo bei 60.000 rum. Super Content. Sie hat 1,1 Millionen Follower's. Ich hab 60.000. Ich mach irgendwas in meiner Karriere brutal falsch. Ich mach irgendwas brutal falsch. Ich rufe jetzt jemanden an. Was willst du denn? Meister, hast du kurz eine Minute? Bist du gerade im Stream? Ich bin gerade im Stream. Achso, ja, ich hab eine Minute. Okay, also, ich durchforste gerade so die Tiefen von Twitch. Und, ähm, warum lacht ihr? Wieso ich? Ich bin alleine. Okay, ja, genau. Ähm, auf jeden Fall, da hab ich jetzt so einen Clip gefunden, der hat irgendwie 140.000 Aufrufe von einer Frau, die 1,1 Millionen Follower's hat. Ja. Und die machen einfach live on-Stream rum. Und haben 227 Daily-Subs. Willst du mit mir 1,1 Millionen Follower's und 220 Subs pro Tag generieren? Alles, was wir dafür machen müssen, ist on-Stream rum machen? Ja, die haben so, sich so einen 2-Sekunden-Zungenkuss gegeben. Ja, das kriegen wir doch easy hin. Ich wollte gerade auch sagen, glaubst du, die Leute zahlen dann, die payen dann richtig rein? Ja, jetzt ist die Frage, müssen die dann reinpayen, damit wir uns den Zungenkuss geben? Ja, ne? Ja, also, die Subs sind schon drin. Also, die machen erst, nachdem sie die Subs bekommen haben rum. Okay, wie viele Subs musst du erreichen, damit wir einen Zungenkuss machen? Nein, das fangen wir gar nicht an, weil es wird passieren. Egal, welche Zahl wir jetzt sagen. Aber wenn ich dann 1,1 Millionen Follower's kriege, würde ich es machen. Real Talk, wenn ich 1,1 Millionen Follower's bekomme, ich würde on-Stream 10 Sekunden mit dir knutschen. Das stimmt. Also, für die Zahl würde ich da auch... Ja, vor allem jetzt... Wir tun mal nicht so, als wenn das eine Überwindung wäre. Ich würde es auch umsonst machen. Ich wollte gerade sagen, du bist so eine geile Sau. Also... Aber es stimmt, du bist so ein Stream. Das hätte ich jetzt nicht doppen sollen. Okay, das wollte ich nur kurz abklären. Also, dann ist quasi unsere Zukunft schon gesichert. Ja, aber wie ist denn das? Wenn du jetzt heute im Stream 5.000 Subs erreichst, dann machen wir auf Umitopia für einen 2-Sekunden-Kurs, oder? Ja, ist okay. 5.000 Stunden, Leute, dann gibt es einen Kurs. Sehr gut, das wollte ich nur kurz geklärt haben.